Der Doku-Tag auf W24 mit den besten Dokumentationen der Stadt. Von Brigitte Nau über Lesing bis Rudolfsheim 5 Haus. Mit interessanten Bezirksportraits bringen wir Ihnen die Wiener Bezirke und ihre faszinierende Geschichte näher. Außerdem die österreichische TV-Premiere unter den Wolkengipfeln. Das sind nicht Erlebnisse. Da zehren wir uns an das Leben. Eine bewegende Dokumentation über das Leben und das Altern. Ich hab nichts dagegen, wenn das Leben schön ist. Ich hab doch gelebt. Die besten Dokumentationen der Stadt. Heute auf W24.